Die Rätsel haben es in sich. Sorry, dass ich das nicht auf Anheben kriege. Das ist dann, dass ich das nicht auf Anheben kriege. Tja, was soll man dazu sagen? Spiel ja die meiste Zeit. Lass mich ehrlich, bin ich die meiste Zeit. Ich spiele die meiste Zeit ohne komplette Lösung. Das kann dann schon mal... Das kann schon mal dauern. Ich weiß, es gibt so ein paar Leute, die schaffen das in zwei Stunden, das ganze Spiel durchzuspielen. Die sind jetzt sowieso die Besten. Die sind sowieso die Besten. Da könnte man noch grün halten, da könnte man noch grün halten. Okay, jetzt könnte man die beiden auf diesen Punkt auch konzentrieren. Nee, könnte man nicht. Ich glaube, so müssen wir das machen irgendwie... Vielleicht ist das Portal zu ungerade. Vielleicht ist das Portal zu ungerade. Das ist noch nicht ganz... 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 Das ist wirklich sehr knapp. Ich bin jetzt hier... Okay, da hat das Portal an einem anderen Stelle. Da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Hätte sich das Portal hierhingestellt. die sich hier hingestellt Ok, dann leuchtet das da hin Ich habe jetzt nur geguckt, wo das Portal hat Ok, dann kann das hier durch Jetzt haben wir die beiden Sprung noch das in der Mütze Aha Jetzt gehen wir auch hin So gehts Au Fantastisch Mit ein bisschen Hilfe Diese Testkammern sehen besser aus als je zuvor Es war eigentlich ganz einfach Man muss die Dinge nur objektiv sehen Und sich von allem Überflüssigen trennen Den können wir nicht mitnehmen Den Weltkompus Sehr schade Nach diesem Test habe ich eine Überraschung für dich Noch eine Keine vorgetäuschte, unerfreuliche, wie die letzte Eine echte Überraschung Mit tragischen Konsequenzen Und echtem Konfetti Dem Guten Die letzte Tüte Ich werde sie vermissen Aber eigentlich hat sie nur Platz weggenommen Äh Ah, ok Noch find ich noch Platz für Portal Da kommt der Kugus aus Ok, jetzt noch ein Schalter Oha Das ist Wer hat das Licht ausgemacht? Grüezi Ich spreche in einem Akzent Den sie nicht verstehen kann Hey Blecheimer Ich kann dich hören Mit dem Akzent klappt es nicht Lauf! 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 Oh oh Äh Mal eben kurz zu den Plänen Die ich in petto habe Wir deaktivieren ihre Turmproduktion Deaktivieren ihr Nervengift Und dann treten wir ihr gegenüber Für den Moment jedoch Lauf! Auf geht's Na komm, hier drüben Hier lang! Lauf! Schade, dabei warst du schon fast beim letzten Test Sieh her, warum tust du es nicht einfach? Vertrau mir Das hier ist leichter als der dämliche Fluchtplan deines kleinen Freundes Äh, was? Für wie du umhält ihr uns eigentlich? Für wie du umhältst ihr uns eigentlich? Ähm Ähm Oh! Das kommt Ich darf Ich war kurz davor den Test zu machen Na los! Na los! Oha! Was passiert da drinnen? Oha! Chat du du da raus! Du musst da irgendwie wieder raus! Versuch hierher zurück zu kommen Was soll das? Ich höre Schlüsse! Kommt ein bisschen Quill dabei, pass auf die Schlüsse auf! Auch mit Zuhmese, ich hab's zumindest versucht! Ja komm. So wie kommen wir jetzt hier raus? Oh, das ist ja nicht so. Tunnel! Aha! Hier geht's gut, super, los! Wo links? Wo links? Hier, lang, hier, lang! Beschützt, Töne! Los, los, los! Wir fangen jetzt auf. Da ist der Ausgang, wir haben's fast geschafft! Wir lassen alles zusammen, wir haben zur Heilung! Hey, hier, lang! Hey, hier, lang! Mit den Fasen, mit den Fasen! Wir haben's geschafft, geschafft! Das ist eine sehr gute Idee! Wir sehen uns auf der anderen Seite! Okay. Den Nardscreen kam überraschend. Halt 5, die Flucht! Oh, klasse! Du hast es geschafft! Okay, mir nach! Wir haben noch viel zu tun! Zum Glück können sie uns hier nichts anhaben! Was ist los? Ähm, hm, okay! Okay, äh, nicht bewegen! Ich bewege mich nicht! Okay, gut! Ich hab da eine Idee, aber es ist verdammt gefährlich! Bereit? Was hab ich zu verlieren? Oh, das kann doch nicht! Die haben mir gesagt, sollte ich jemals diese Lampe einschalten, dann würde ich sterben! Das haben die mir über so ziemlich alles gesagt! Wieso hab ich das ganze Zeug überhaupt, wenn ich es nicht benutzen soll? Uh, ganz schön dunkel hier, was? Was? Angeblich ist hier vor langer, langer Zeit einmal der Hausmeister durchgedreht und hat alle seine Mitarbeiter zerstückelt. Alles Roboter! Manchmal soll man nachts noch die Schreie hören, die der Duplikate. Von der Funktion her sind sie nicht von den Originalen zu unterscheiden, aber der Vorfall ist ja nicht in ihrem Speicher hinterlegt. Darum passt jemand, warum sie schreien. Ist das nicht furchterregend? Aber streng wissenschaftlich gesehen ist da wohl nichts Übernatürliches dran. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Versuch rüber zu springen! Nicht stehen bleiben. Der Fabrikeingang muss hier irgendwo sein. Ein bisschen Licht. Vorsicht! Warte, ich leuchte dir für den Sprung. Und? Das sieht gefährlich aus. Ich leuchte dir den Weg. Okay, das haben wir auch. Oh, schön gemacht! Das kann nur aus dem Titelsteam sein. In ein Klust auf eine kleine Geschichte? Ich hätte hier unten fast einmal gearbeitet. Aber rate mal, für wen sich der Boss stattdessen entschieden hat. Für eine exakte Kopie seines Modells. Vetternwirtschaft. Am Ende durfte ich mich dann mit all diesen übel riechenden Menschen herumplagen. Die, ähm, Entschuldigung, übel riechend wollte ich gar nicht sagen. Ich musste mich um die Menschen kümmern. Oh, ähm, Entschuldige, ist mir so rausgerutscht. Wie unsensibel von mir. Was mit dem übel riechend. Wo soll ich das weitergehen? Aha. Alles klar. Wir müssen dich hier irgendwie rausholen. Kommst du an die Mauer da hinten ran? Jo. Okay, hier drüben ist noch eine Wand. Oh, ich sag dir was. Ich liebe Menschen. Schon allein wie sie aussehen. Toll. Und ihre Kultur. Einfach faszinierend. Jetzt dann. Hier wohnst du auch. Gut, also, ich nehm dann diesen Weg hier nach unten. Sehen uns unten. Viel Glück. Da, Zoll. Jetzt gehen wir knapp unten. Spiralen lang. Hier brauchen Spiralen lang. Ja, aber dazu gibt es nicht. Irgendwie so auch. Jetzt werden wir wieder hier. Turmablösungsband aktiv. Interagieren Sie nicht mit den Türmen auf dem Band. Die Bänder sind kein Spielzeug. Bitte verlassen Sie das Band. Okay, ich gehe mal bestimmt drüber. Ja. Ich bin anders. Okay. Okay, die andere Drohne. Ich fürchte, ich muss hier runter. Naja, jetzt sind wir wieder in ihrem Bereich. Fantastisch. Ziel anbisieren. Ziel anbisieren. Dass Menschen schießen. Ja. Ziel anbisieren. Ziel anbisieren. Zuchen und Lernabern, die Zuchen. Ich bin hier in die Bar. Ziel anbisieren. Also, was für was soll ich überhaupt haben? Ich brauche nicht um. Ziel anbisieren. Au. So, ich schleiche um die Ecke. Ah, muss aber nicht. Antwort. Vorlage. Antwort. Vorlage. Oh, klasse. Du hast es geschafft. Mir nach. Ja, das wird dir gefallen. Sind fast da. Tada. Das Kontrollzentrum der Geschütztürme. Vielen Dank. Siehst du den Scanner da? Er entscheidet, welche Türme aussortiert werden. Und dabei nimmt er den Prototyp als Vorlage. Wenn wir diese Vorlage wegnehmen, wird die gesamte Produktion langgelegt. Vorlage. Auf Schiene reisen können. Na schön. Hm. Ich muss die Tür hacken, damit wir da ran können. Ganz schön technisch. Ähm. Du musst dich umdrehen. Vorlage. Antwort. Fertig. Gehackt. Ja, gut so. Hol den Turm raus. Antwort. Hallo. Hallo. Okay, das sollte genügen. Keine Vorlage hat Vorgang erfolgt aus Speicher. Oder auch nicht. Gut. Dann wollen wir mal sehen, wie wir das Fließband anhalten. Vorlage. Fällt dir etwas ein? Antwort. Äh. Irgendwelche Ideen? Einfälle? Nein? Na, ich auch nicht. Ähm. Wenn du schon so fragst. Nö. Vorlage. Denkst du noch nach, oder was ist los? Antwort. Hallo. Na schön. Folgender Plan. Wir beide werden weiter nachdenken. Antwort. In aller Stille. Vorlage. Antwort. Oh, warte. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Nein, ich hab's doch nicht. Vorlage. Antwort. Wischte ich mich hier hin? Vorlage. Antwort. Einsam gescannt. Tja. Vorlage. Oh, mir fällt da was ein. Ich könnte so tun, als hätte ich dich gefangen. Ich liefere dich ihr aus und sie bringt dich um. Dann könnte zumindest ich weiterleben. Was hältst du von der Idee? Schlechte Idee. Aber der Turm ist doch weg. Ob das System eine Sicherungskopie speichert? Vorlage. Vorlage. Hallo. Moment. Wie wär's, wenn wir ihn etwas anderes scannen lassen? Das hab ich versucht. Wir stellen einen dieser fehlerhaften Türme in den Scanner und sehen, was passiert. Das bräuchte man erstmal einen Federhaften. Vorlage. Antwort. Ich will hier schneiden. Vorlage. Antwort. Ich will hier schneiden. Vorlage. Und hier zu. Also. Ja. Hol einen von den nutzlosen Türmen und bring ihn her. War ich ja schon unterwegs. Ich mach ja schon. Ich laufe. Ich eile. Antwort. Ja, okay. Komm schon. Vorlage. Antwort. Wir sind feuerliche Königin. Vorlage. Antwort. Vorlage. Antwort. Wie geht es jetzt? Nein, warte mal. Danke. Du hast mir den Hintergrund gerettet. Was geht's, oder? Antwort. Okay. Hey, Moment mal. Wo? Ich steh nicht. Was ist los? Ich eröffne. Was haben wir? Na dann. Der eine dann das mit hinter dem Gehör. Antwort. Und dann fällt das Feuer. Ja. Antwort. Klasse, du hast einen. Ja, stell ihn da rein. Hahaha, mal sehen, was der Schrotthaufen anrichten kann. Neue Vorlage akzeptiert. Ist klar. Wenn wir Glück haben, merkt sie gar nicht, dass alle ihre Türme nichts taugen. Genial. Okay. Du achtest auf das Fließband und ich mach uns die Tür auf. Okay. Okay, der Meister Hacker fängt jetzt an. Von Weitem sieht es ein bisschen leichter aus. Dauert etwa 10 Minuten. Behalte die Tür im Auge. Das hier ist ganz schön kompliziert. Ja. Okay. 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 Was haben wir hier? Okay. 40 Kartoffelbatterien. Das ist echt peinlich. Klar, es sind noch Kinder. Aber wirklich genial war das nicht. Wissenschaft kann man das jedenfalls nicht. Ja. 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 Ich bin mir sicher, dass wir hier richtig sind. Ganz bestimmt. Wir werden sehen. Keine Sorge, ich garantiere dir, wir sind hundertprozentig richtig. Oder auch nicht. Haha, was hat das so? Oder auch nicht. Okay, hier dann. Das ist der Nervengift-Generator. Er ist größer als ich dachte. Den können wir nicht einfach so umkippen. Jetzt ist Einfallsreichtum gefragt. Da oben ist so ein Kontrollraum. Da schauen wir am besten mal nach. Bei einem Surfen. Entschuldigung. Entschuldigung. In Case of Inklusion. Ja. Na schön, was haben wir denn da? Einen Computer. Klar, das war ja zu erwarten. Hakt das mal ab auf der Liste. Computer identifiziert. Hier ist so ein komischer Kasten. Da steckt wahrscheinlich was elektronisches drin. Und ein Monitor. Ja, der könnte von Bedeutung sein. Da ist so ein komischer Kasten. Da ist so ein komischer Kasten. Und ein paar Kasten. Da ist so ein komischer Kasten. Zum Beispiel. Da ist so ein komischer Kasten. Das ist so ein komischer Kasten. Da ist so ein komischer Kasten. Na, hier bestimmt irgendwas. Ja, ich habe inzwischen den Plan gemacht. Während der Erde rumguckt, sonst kenne ich den Herz. Warnung, der Nervengestuch bewegt sich in einem gefährlich untödlichen Bereich. Ja. Oder so. So geht es auch. So müssten wir direkt zu ihr gelangen, dass ich das noch erleben darf. Ich wusste, das macht Spaß. Die haben ihr gesagt, das wäre total langweilig. Und ich habe das auch noch geglaubt. Ach, ich liebe es. Das ist spitze. Ich habe das. Das ist riesig hier. Wir sehen nur die oberste Ebene. Das geht noch Meilen weit runter. Vor Jahren alles verriegelt. Wir müssten bald da sein. Oh, ich bin so gespannt auf Ihren Gesichtsausdruck. Keine Türme. Das wird sie umhauen. Warte, warte. Womöglich habe ich den nächsten Teil nicht bis zum Ende durchdacht. Das ist die falsche Richtung. Geh zu ihr. Ich komme nach. Ich komme nach. Ah, ja.